Musik Kann das Universum unendlich sein? Ein Gedankenexperiment. Man stelle sich das Universum auf zwei Dimensionen reduziert vor. Alles kann sich jetzt nur in der Ebene bewegen. Auch im 2D-Universum ist unser Blick in die Tiefen begrenzt. Wir sehen nur unseren beobachtbaren Ausschnitt. Dahinter könnte das Universum theoretisch unendlich weitergehen. Kaum vorstellbar, aber die Rakete würde nie einen Rand erreichen. Es könnte aber auch ganz anders sein. Das Universum könnte gekrümmt sein, so wie die Oberfläche eines riesigen Balls. Dann wäre es zwar auch ohne Rand, aber nicht unendlich. Die Rakete käme irgendwann wieder zurück. Eine solch riesige Krümmung des Universums wäre im begrenzten, beobachtbaren Ausschnitt aber kaum nachzuweisen. Und tatsächlich konnten Astronomen bislang keine Hinweise darauf finden. Kann das Universum unendlich sein? Ein Gedankenexperiment. Man stelle sich das Universum auf zwei Dimensionen reduziert vor. Alles kann sich jetzt nur in der Ebene bewegen. Auch im 2D-Universum ist unser Blick in die Tiefen begrenzt. Wir sehen nur unseren beobachtbaren Ausschnitt. Dahinter könnte das Universum theoretisch unendlich weitergehen. Kaum vorstellbar, aber die Rakete würde nie einen Rand erreichen. Es könnte aber auch ganz anders sein. Das Universum könnte gekrümmt sein, so wie die Oberfläche eines riesigen Balls. Dann wäre es zwar auch ohne Rand, aber nicht unendlich. Die Rakete käme irgendwann wieder zurück. Eine solch riesige Krümmung des Universums wäre im begrenzten, beobachtbaren Ausschnitt aber kaum nachzuweisen. Und tatsächlich konnten Astronomen bislang keine Hinweise darauf finden. Kann das Universum unendlich sein? Ein Gedankenexperiment. Man stelle sich das Universum auf zwei Dimensionen reduziert vor. Alles kann sich jetzt nur in der Ebene bewegen. Auch im 2D-Universum ist unser Blick in die Tiefen begrenzt. Wir sehen nur unseren beobachtbaren Ausschnitt. Dahinter könnte das Universum theoretisch unendlich weitergehen. Kaum vorstellbar, aber die Rakete würde nie einen Rand erreichen. Es könnte aber auch ganz anders sein. Das Universum könnte gekrümmt sein, so wie die Oberfläche eines riesigen Balls. Dann wäre es zwar auch ohne Rand, aber nicht unendlich. Die Rakete käme irgendwann wieder zurück. Eine solch riesige Krümmung des Universums wäre im begrenzten, beobachtbaren Ausschnitt aber kaum nachzuweisen. Und tatsächlich konnten Astronomen bislang keine Hinweise darauf finden. Und tatsächlich auch noch ein paar Minuten. Tschüss. 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 Tschüss.